Da wären wir. Der Beginn deiner Reise oder unserer Reise. Hier in Alaska. Wir nennen uns ICARUS. Unser Ziel ist die modernste Technologie mit Extremsport zu mischen und die Grenzen so weit es geht zu verschieben. Wir wollen das Unmögliche möglich machen, aber denk nicht, dass wir leichtsinnig werden. Jeden Stunt planen wir mit militärischer Präzision und überlassen absolut nichts dem Zufall. Dann stelle ich dich mal dem Team vor. Das ist Alex, unser Base-Jump-Experte aus der Gegend. Extremer als der Gegend. Aber wenn wir da draußen sind, kann ich mich immer auf ihn verlassen. Jeeha! Das ist Johnny, der König der Speed Riding. Das ist die perfekte Mischung aus Skifahren und Paragliding. Steile Pisten und Riesensprünge sind jetzt alle erreichbar, weil du einfach hinfliegen kannst. Aber willst du wissen, was ich für die Zukunft halte? Das hier. Den Rocket Wing. Der nächste Schritt in der Entwicklung des Luftsports. Auf uns drei kommt was Großes zu. Ein Stunt, der alles verändern wird. Wir planen einen synchronen Rocket Wing Flug mit vier Leuten über bergigem Terrain. Aber wenn wir es durchziehen wollen, benötigen wir deine Hilfe. Also, was sagst du? Bist du dabei?